Eskalation So Immer wieder Scheiße, ich muss mal was wegtun Das, so Okay, wir haben ein bisschen viel Holz Okay Wieso auch immer? Jetzt hat Jonas das Spiel gefallen Sorry, ich hatte mich auf Sturm geschaltet Ich hatte eigentlich die ganze Zeit gesagt, dass ich gehe Habe ich gar nicht mitbekommen Also ich gehe jetzt Naja, die Folge machen wir jetzt noch Und dann haben wir halt 98 Die 99 machen wir halt noch Bevor wir die 100. aufnehmen oder so Ich glaube, ich sollte jetzt die Woche führen Mein Vater kommt gleich rein Die Folge machen wir jetzt noch zu Ende Aber wir haben jetzt angefangen Na gut, tschüss Tschüss Oh, Mist, ich habe eine schwarze Wolle zu wenig mitgenommen Ne, mehrere Naja, wie auch immer Da kommt Wasser hin Ui, ein Wasserbecken Verdunstet das Wasser in den Wasserbecken? Nein 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 Ich dachte, das wäre so Ich dachte, das wäre so Das bleibt dafür immer drin, glaube Ich hätte mal gehört, das schwindet mit der Zeit Aber gut Wäre ja schön, wenn es so wäre Kann natürlich auch sein, ich weiß es nämlich nicht Aber So, warte mal, hier muss ja auch noch ein Fernseher rein, ne? Wie bauen wir den denn? Warte mal Muss ich mal wieder düfteln, hier Lol, die haben einen größeren Fernseher als die Suite Gäste da Ist das ein bisschen übertrieben? Ja, irgendwie sieht das komisch aus Aber die Zimmer sind halt so klein Wo soll man sonst den Fernseher hin machen? Da haben die halt keinen Fernseher Naja, das ist schwierig Selbst wir in unserem Zwei-Sterne-Hotel hatten ein Fernseher Das geht so nicht, Tino Ja, stimmt Ich könnte ihn an die Decke hängen, da hast du recht Ah, da muss hier irgendwo auch noch ein Stuhl hin Ah, das kann ich ja hier so hinten in die Ecke machen Ähm Hm Badbeleuchtung Da häng ich den Fernseher hin? Hier hin? Ja, da hin ist okay Da hin Und Badbeleuchtung Bäm Cool, hätten wir die Zimmer erstmal größtenteils eingerichtet Okay, warte, Wasser brauche ich noch? Wasser, Wasser, Wasser So, und dann brauche ich noch, muss ich mir noch Zeug holen Wui Mo, 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 Wasser, Mo, Wasser Na komm schon Wie viel Kessel habe ich noch? Mist, ich habe einen zu wenig gemacht Damn Weil hier muss ja auch noch eins rein Verstehst du, ne? Verstehst du? Hm, wo kriege ich jetzt noch Eisen her? Philipp, wie viel Eisen, hast du noch Eisen? Eins Hm, na gut, dann muss ich eben noch die zwei holen Dann muss man bald mal in die Höhle gehen Und das hat nämlich nur noch Zehn oder so Oh Gott Den ganzen Kisten Wir haben Eisenmangel Wie so aussieht Ja Ähm, ja Wahrscheinlich liegen da jetzt noch einmal rum Naja, egal So, jetzt nochmal schnell zwei Eisen holen Na, müsste ich gehen mal in die falsche Kiste Ja, da hat jetzt noch fünf Ja, gut, wir müssen mal dann Das wird die hundertste Folge Wir gehen in die Höhle Höhlen-Tour Das ist auch sehr gut Da freuen sich alle bestimmt Bestimmt Auf jeden Fall Ja Ja Gut, hätten wir es auch geklärt Jetzt wissen wir, was wir machen Hm, ne, ich würd's vielleicht sogar schon ein bisschen aufwendig machen Wenn die schon machen, aber sonst Sonst geben wir tatsächlich keine Mühe und so, ne Was machen wir das ja ratzfatz hier Was war das etwa nicht so geplant? Ohne in Ohne irgendwie in ein Schnittprogramm reinzutun werden die einfach hochgeladen Einfach die Fraps-Dateien Naja Manche machen das so Wie zum Beispiel die Skittelschons Wir machen uns Arbeit Intro und so, ne Und beste Szene rausschneiden Meistens Geh Wunder, dass die Böse es wanden Meistens, weil Ich schaff's auch nicht immer Das immer alles rauszuschneiden bei den Battles und so Also manchmal kommt eine beste Szene, manchmal nicht Ich bringe meistens gar keine beste Szene, weil Und wenn sind das wirklich bloß die besten Szene, die mir wirklich hängengeblieben sind Sonst eigentlich nicht, guck mir nämlich nehmen wir nochmal die Folge an Könnt's mal machen, Philipp Könnt's mal machen, Könnt's mal machen, Philipp Könnt's mal machen Warum, ne? Ich kenne Zeit zu Es kenne Zeit, hä? Bist du mit Lernbesch... Achso, ne Naja, doch, zurzeit schon Ja, für was denn? Fahrschule Ach, für Fahrschule Dann schreibe ich nebenbei noch eine komplexe Leistung, das ist schon Ja, ja, als ob du die wirklich schreiben würdest Ja, irgendwie schon Ich denke, du wolltest das nie lernen Was? Ich wollte doch einen Osterspaziergang lernen Ja, da hast du recht, da habe ich Dienstag angefangen Ich habe trotzdem noch eine Zwecke gekriegt Tja, siehst du, ich habe eine 1 gekriegt Habe auch Dienstag angefangen Das ist eben der Unterschied Ja, 1- Komm Philipp Besser als 2, ne? Na ja, gut, aber So, ich will jetzt gar nicht zu viel anfangen noch für die eine Folge Weil ich darf mir ja auch nicht zu viel vornehmen dann für die eine 15 Minuten Folge, die wir dann noch machen Ah, ich muss euch dann noch mal erzählen, was ich geplant habe so für die 100. Folge Was? Und? Ja Kron und Sarazar haben schon zugesagt Verspreche denen nicht zu viel, das denken die wirklich Das ist auch wirklich so Ach so Ja Die haben gesagt Mach mal Na, da kommen die vorbei Komm mal, da helfen wir euch mal bisschen, ja Warte mal, was wollte ich denn jetzt noch machen, Mensch Ach so, den einen Wasser ein, der muss da rein So, dann wollte ich mein Haus noch anzünden Der Jonas braucht wirklich mal hier eine Ordnung in seinem Zeug Brauche ich das? Für mich, ja Der hat aber eine übelste Ordnung drin Ja, ne Ja, also Aber mal beschriften irgendwie Naja Das kannst du ja mal machen Wird zumindest mal was sinnvolles tun Ne, ich will hier oben die Wohnung noch nie so richtig anfangen Obwohl ich könnte schon mal anfangen Wer hat denn mein Haus zerstört? So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Hä, was hat das jetzt damit zu tun? Das könnte ich auch mal was sinnvolles machen, aber Scheiße, wie mach ich denn das jetzt? Können Zombies in unserem Schwierigkeitsmodus irgendwas zerstören? Nein, ich glaube nicht Scheiße, wie mach ich das jetzt? Scheiße Du scheiß Zaubi macht die Türe Hm Hm Ich muss grad mal überlegen Vielleicht habt ihr ja ne Idee wie man das lösen könnte Ansonsten muss ich mal da nochmal drüber grübeln Es lohnt sich jetzt auch nicht mehr das anzufangen Kommt das noch vier Minuten, fünf Derweile, was könnte man derweile noch machen? Ist das jetzt die 99, ne, ne, die 98, 98 müsste es sein Ne, das war, dass ich mich da verrechnet hab Jetzt aus der Zübe als bei 102 oder so Ne, das ist das auf keinen Fall Entweder bei 99, 98 oder 97 Na gut, da zählst du dann kleiner Mal nach Das brauchen wir dann sowieso dann, wenn wir das hier bauen So, 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 so Dann zähl lieber nochmal da, nachher Weiß was Scheißes Hauptsache es funktioniert alles, was ich mir so vorgenommen hab Ich hab mir ganz schön viel vorgenommen Weißte was, der Erik ist da Am Freitag Ich weiß das Hat er ja oft genug gesagt Mit dem wir haben wir vermissen beim Helene Fischer hören Oh ja Also wir ihn, er uns nicht Ja, der findet das insgeheim bestimmt gut Ja, der will das in der Klasse öfters mal Helene Fischer öfters, fast immer Ja, gut Das stimmt Ja Warte mal, die Erde hier muss weg Gibt's keine andere Möglichkeit hier Das muss man mal Das muss halt sein Dann müssen wir hier die unterste Reihe machen wir mal aus Holz Das sieht einfach schicker aus So Ach ja, das machen wir jetzt noch schnell Da hab ich noch eine Beschäftigung gefunden So, da, da Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Okay, da hab ich nichts mehr Das ist natürlich jetzt kacke Da muss ich mal ergänzen noch Aber mach ich noch So 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 Fertig So, wir können die dann sitzen Und das wird dann hier ne schöne So, da 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 passt perfekt dann machen wir das hier noch nein scheiße was hat sie denn wieder gemacht hab noch was falsch gesetzt da schreist du gleich so rum und sie nicht tun wer gestern bis hin eigentlich nicht mit der ok so oder mal kommt er er haben wir noch druckplatten ja da kann man das sogar noch fertig machen die tische und schon mal die ansätze machen okay wenn die leute geblendet die vielleicht muss ich hier so entweder so 4 Prozent die Schirme machen stimmt das ja auch mal die Idee wurde es alles schon ziemlich gut baum geschützt ist aber hier vorne müssen so Schirme hin das mache ich auch in Portman bitte Schirme aus Wolle das geht schon dann ist ja gut es geht wirklich ja gut ich glaube dir das schon nein mir fehlt ein Zaun um es komplett zu machen aber ok hier werden echt viele sitzen können nicht schlecht gefällt mir gut hier draußen hätte ich mich nicht erträumen lassen dass es so wunderschön wird aber gut gut das Haus da drüben das muss man demnächst auch mal wegsprengen das werden wir vielleicht in der hundertsten sogar gleich mal machen mit naja mal sehen vielleicht wird die hundertste ach ich will nicht verraten egal machen wir hier mal die Türen noch schnell zu und ja dann sehen wir uns dann morgen 18 Uhr wieder in der 99.00 wenn ich mich nicht verkalkuliert habe wenn das ja schon die 99.00 war dann in der hundertsten und wenn das ja die 97.00 war dann in der 98.00 halt hier werdet ihr das sehen und ja dann halt bis morgen auf 18 Uhr auf jeden Fall und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald Philipp Tschüss Tschüss und gleiches Game geläftet naja bis dahin Tschüss